Moin, mein Name ist Kim aus dem Airline Pless Team und heute hinter uns einmal das Produkt LumaRoom, das wir hier in eine schöne Badezimmersilhouette, in eine Badezimmersituation eingebaut haben und anhand dieses eingebauten Produktes möchte ich euch heute einmal erklären, was das Produkt eigentlich so besonders macht. Wir haben damit im vergangenen Jahr nach der Produktentwicklung die Iconic Design Awards gewonnen. Konzipiert worden ist es als Leuchte und wir haben hier vier wesentliche Merkmale am Produkt, die das Produkt so besonders in der Kombination machen. Zum einen seht ihr in der mittleren Fläche, dass wir ein beliebiges Bildmotiv für euch auf ein hochwertiges Textil drucken können. Das Ganze passiert mit wasserbasierten Farben, also ohne Gerüche, Lösemittel oder andere Nachteile, optimal geeignet für Interieuranwendungen. Dieses Tuch ist werkzeugfrei austauschbar, das heißt die Motive können immer wieder zügig gewechselt werden. Wir können immer wieder neue passende Bildmotive für euch produzieren und nachliefern. Das heißt die Leuchte kann immer wieder an veränderte Wohnsituationen auch angepasst werden und ist so ein sehr flexibles Designobjekt, ein sehr hochwertiges Designobjekt. Das zweite Feature ist eine außenumlaufende Beleuchtung in Form eines Lichtkranzes, den wir individuell bestücken können, egal ob Tunable White, Warmweiß, Kaltweiß oder RGBW. Wir können alles an Lichttechnik in dem äußeren Lichtkranz abbilden. Das dritte Feature seht ihr hinten. Wir können eine farbige Corona gegen die Rückwand werfen. Das ist so eine Art Ambilight-Funktion, die immer so ein Bild oder so ein Objekt immer nochmal besonders wohnlich und stylisch in Szene setzen kann. Und die letzte Eigenschaft ist, dass das Ganze durch ein akustisch durchlässiges Textil auch noch besonders akustisch wirksam ist im Bereich der Nachhaltzeitenoptimierung. Das heißt, ich kann Halligkeiten in Räumen erheblich reduzieren und dazu können wir auf der Rückseite dieses Rahmens dann eben auch noch akustisch wirksames Vlies verbauen. Ja, das sind so die vier Eigenschaften, die wir hier in einem Leuchtenprodukt für euch kombiniert haben. Das Ganze ist steuerbar über App-Technik von Casambi. Das werde ich euch jetzt eben einmal hier vorführen, was man im Bereich der Leuchte steuern kann. Also wir haben einmal in der Mitte das hinterleuchtete Textil, dass ich ein- ausschalten und stufenlos dimmen kann. Ich habe den außen liegenden Lichtkranz, den ich ebenso getrennt vom Rest ein- ausschalten oder stufenlos dimmen kann. Und ich habe den Part der farbigen Corona, in dem Fall über RGBW, wo ich hier mit Fingerswipe durch die unterschiedlichen Farbwelten führen kann und mir so immer das gewünschte Farbszenario für die Leuchte einstellen kann. Das Ganze ist kinderleicht, kann auf Wunsch auch noch mit Schaltern oder anderen technischen Komponenten verbunden werden, so dass man nicht zwingend mit der App arbeiten muss. Wir haben für alles, was ihr euch wünscht, eine Lösung, ob Drehknopf, Taster oder Handy-App, alles ist möglich. Ja, bleibt mir zum Schluss zu sagen, dass wir in der Videobeschreibung, wenn euch das Produkt gefällt und interessiert, noch einmal den Link zu unserer Website einstellen, wo ihr nochmal die Produktseite mit mehreren Details checken könnt. Und ihr habt ja auch die Möglichkeit, Beratungstermine mit uns zu vereinbaren oder eine Anfrage zu stellen. Bleibt am Ende noch zu erwähnen, dass wir das Produkt natürlich auch in beliebiger Wunschgröße fertigen können. Wir können es nicht rund oder gebogen fertigen. Es bleibt ein Rechteck, das ist die Idee des Produktes, des Designs. Aber wir können die Größe beliebig an eure Raumsituation anpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.